Achtung! Dringende Neuigkeiten! In einem Labor unserer Stadt haben die Wissenschaftler einen fatalen Fehler gemacht und mehrere chemische Elemente vermischt, die nicht zusammenpassen. Was zur Entstehung von Zombies geführt hat, alle Wissenschaftler sind verschwunden. Dieses Gebiet bleibt ein Rätsel und der gruseligste Ort für die Menschheit. Evakuierung wurde angeordnet. Seid vorsichtig! Eine echte Zombie-Apokalypse droht der Welt. Ende der Nachrichten! Wow, Jungs! Zombie-Apokalypse! Habt ihr das gesehen? Das ist wirklich gruselig! Ah, die gibt's doch! Das ist doch Quatsch, Mann! Ich wusste ja eh mal, dass dieser Tag des jüngsten Gerichts kommen würde. Wow! Stellt euch nur vor, was für ein cooles Video wir da drüber drehen könnten! Bist du verrückt geworden? Hast du den Verstand verloren? Die fressen Gehirne! Kabikow, keine Socke! Das betrifft dich nicht! Nein, Jungs! Denkt an all die Likes, die wir bekommen werden! Das ist so eine Story! Das muss so interessant sein! Stellt euch vor! Du bist am leckersten, Säge, ja! Aber diese Geschichte könnte auch ein positives Ende haben. Wir können die Menschheit retten und irgendwie ein Gegenmittel erfinden oder finden! Das könnten wir, aber sehr beängstigend! Stellt euch vor, wie viele Likes wir bekommen, wenn wir den Planeten retten! Es ist entschieden! Wir treffen uns und fahren zum Epizentrum! Schaut, wir haben schon etwas vorbereitet, aber bevor wir mit diesem Video beginnen, sollten wir uns begrüßen! Hallo zusammen! Ich bin Vlad A4! Kalbier-Glern-Kalbier-Kurv! Mach dir keine Sorgen! Und Sergej, wie ihr schon verstanden habt, werden wir jetzt in die Sperrzone gehen, wo die allerechten Zombies sind! Also Jungs, packt die notwendigen Überlebensgegenstände ein und lasst uns losgehen! Jungs, vielleicht sollten wir das lieber nicht machen! Pack deine Sachen! Schade, dass wir dich nicht zurücklassen können! Zombies gibt es nicht verstanden! Sie existieren nicht! Doch, Glend, sie existieren! Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, welche Eigenschaften und welche Schwächen sie haben! Aber ich möchte mich gern mit dieser Frage beschäftigen! Vielleicht sind Zombies ja gar nicht so, wie wir sie aus den Filmen kennen! Also Jungs, schaut, was ich schon vorbereitet habe! Zuerst eine GoPro, um jeden Moment des heutigen Abenteuers festzuhalten! Ein Überlebensrucksack, er ist riesig und speziell fürs Überleben! Eine taktische Taschenlampe! Eine Axt! Ein Netz zum Jagen! Ich möchte wirklich ein Zombie fangen und ein paar Experimente mit ihm durchführen! Blut! Scherz, das ist Ketchup! Aber Zombies sind dumm! Ich denke, sie werden drauf reinfallen! Und natürlich Klebeband! Ein bisschen Tarnung! Und noch ein bisschen Tarnung! Und ich nehme Gehirne mit! Nicht echte, aber wer weiß! Vielleicht werden sie nützlich sein! So, ich bin bereit! Ich kann es so oft wiederholen, wie ihr wollt! Zombies gibt es nicht! Wir gehen einfach in den Wald spazieren, ey! Du hast Glück gehabt, dass du mich hast! Und das Einzige, was wir treffen können, sind streunende Hunde! Die sind wirklich gefährlich! Und können beißen! Und sie sind schneller als Zombies! Ja, deshalb nehme ich Schutz gegen Hunde mit! So beißt du! Nur ein Schutz! Macht es nicht! Ich nehme ein paar Knochen mit, um sie zu beruhigen! Ein Ball für Hunde! Und etwas zu essen! Mhm! Nicht schlecht! Und eine Taschenlappe! Mehr brauche ich nicht mehr, weil es keine Zombies gibt! Ich bin mir sicher! Ich habe große Angst vor diesen hungrigen Kreaturen und will eigentlich nirgendwo hinfahren, Alter! Was haben wir da nur ausgedacht, Alter? Ich nehme so ein Zelt, Alter! Finde einen versteckten Ort im Wald und verstecke mich darin, Alter! Ey, pass auf, Schwingmeister! Und natürlich, um mich vor Hunger zu sterben, Alter, nehme ich ein Thermos und Sandwiches mit und eine Taschenlampe, Alter, damit es nicht so gruselig ist! Also, ich habe einen Erster-Hilfe-Kasten, aber Nerv und ein Fernglas, um meine Staphanes zu sehen, Farben für Kriegsbemalung und Leuchtraketen! Anscheinend ziehen sie die Zombies an! In Fimmeln wirst du sie und sie strömen in Scharen zu dem Licht! Also, ich bin bereit für einen Kampf! Die Zombies werden besiegt! Ich verstehe, warum Zombies keine Likes geben können! Warum? Weil sie kein Gehirn haben! Oh! Mhm! Das ist ein Problem für uns! Also, Freunde, wenn ihr noch keine Zombies seid, beweist es! Drückt ein Like unter diesem Video! Mal sehen, wie viele von uns noch am Leben sind! Also, seid ihr bereit? Ja! Komm, ich guck auf! Dann geht's los! Also, Jungs, das scheint dieser Ort zu sein! Hinter diesen Toren beginnt unser Abenteuer! Sieht jemand Zombies? Nein! Und sieht jemand Hunde? Nein, noch niemanden! Jungs, lasst uns bitte nicht hineingehen, bitte! Es steht geschrieben, Betreten verboten, Lebensgefährlichkeit! Lasst uns lieber in den Hangar fahren, ein paar TikTok-Videos machen, Playstation spielen, naja! Komm, Jakov, beruhig dich! Statistisch gesehen greift ein Zombie jeden vierten Menschen an! Schau! Eins, zwei, drei, vier... So, gehen! Jetzt ist es ernst! Was ist los? Ach komm schon, macht nur Witze, Witze, Witze! Aber, Jungs, Regeln sind da, um gebrochen zu werden! Zombies nicht betreten! Was bedeutet das? Betreten! Dann, Hauptsache, es gibt dort keine Hunde! Jungs, seid ihr bitte leise! Zombies haben sehr gutes Gehör! Also, leise gehen! Also, seid ihr bereit? Ja, los! Oh! Jungs, los, los! Der Erste! Komm schon, keine Angst! Alles ist in Ordnung! Uh, 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 uh! Ja, Jungs, ich hoffe sehr, dass wir zumindest einen Zombie treffen! Ich möchte ihn mit meinen eigenen Augen sehen! Aber wenn ich einen Zombie sehe, bin ich mir sicher, dass ich vor allem weglaufen werde! Ich bin ein schneller Mensch, aber Zombies sind langsam! Aber, Hunde, das wird wirklich gruselig! Aber gut, dass Glenn dabei ist, wir müssen auch alles filmen! Also, Jungs, wartet! Okay, Jungs, wenn wir jetzt in den Wald kommen und keinen einzigen Zombie sehen, werden wir die Abonnenten denken, wir sind verrückt und keinen einzigen Like da lassen! Also müssen wir genau dahin, wo wir sie zuerst entdecken! Zombies könnten sich im Dicklicht des Waldes verstecken! Wir sollten dorthin legen! Also, das hier sieht wirklich danach aus, als wäre hier eine Zombie-Basis! Hier gibt's sogar eine Dorftoilette! Vorsicht, Jungs! Versucht, einen Stein zu werfen! Komm schon, Köpikoff! Klopf an die Toilette! Ich geh nirgendwo hin! Gib her! Mann, verdammt! Interessant, Jungs! Sehr gefilmt das! Vielleicht kommt da ein Zombie raus! Komm, Glenn, wir gehen zusammen! Sieht sauber aus, Jungs! Komm her, Köpikoff! Hab kein Lernst! Mach auf! Film, vielleicht schläft er! Auf dem Klo gibt's kein Zombie! Verdammt, wo sollen wir sie suchen? Okay, lasst uns hier überall Kameras aufstellen! Vielleicht erwischen wir sie irgendwo im Bild! Also, gebt mir die GoPros, ich mach mich auf den Weg! Ich häng sie an einen Baum! Jungs, einen Moment! Langsah! So! Perfekt! So, die Sonne geht bald unter! Au! Jungs! Ich glaube, ich hab mir das Bein verletzt! Köpikoff! Was ist los? Jungs! Schaut euch das nur an! Schon verletzt oder was? Das war's, Köpikoff! Wir haben dich verloren! Keine Sorge, Jungs! Ruhig! Überlegungsregel Nummer 1! Immer einen Erste-Hilfe-Kasten dabei haben! Verdammt, Köpikoff! Steh auf! Das ist nur ein Kratzer! Oh mein Gott! Solche hatte ich in meiner Kindheit alle 5 Minuten! Puh! So, Köpikoff! Du wirst überleben! Gib mir deine Hand! Hier, leg das auf die Wunde! Das kann weh, Gerich! Okay, Jungs! Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit! Ruhig, ruhig, Jungs! Hört ihr das? Ja! Ich versteh nicht! Woher kam das? Hört ihr das? Schreie! Das ist geheult! Das ist typisch für Zombies! Sie haben den Geruch von Köpikoff's Wunde gewittert! Jungs! Ich starte die Kamera! Und ich will einen Zombie sehen! Die Challenge hat begonnen! Jungs! Die Challenge heute, Mann! Sie werden mich fressen! Jungs! Ruhig, 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 ruhig! Schrei nicht! Und du auch nicht! Ruhig! Das ist wichtig, Sie sich nicht zu bewegen, um jede Aufregung zu sein! Nicht zu anzuziehen! Verstanden? Sergei! Du hast doch gesagt! Lass uns auf! Lass uns auf! Lass uns auf! Lass uns auf! Das waren wohl echte Zombies! Wir haben ihre Schreie gehört! Also, Jungs! Oft hilft uns in unseren Videos Tarnung! Und erinnert ihr euch? Ich habe alles für die Tarnung mitgenommen! Also, meine Aufgabe ist es heute, meinen Zombie so klar wie möglich zu sehen! Ich will ihre Gesichter, ihre Augen sehen! Alles betrachten! Deshalb werde ich jetzt... Hm, übrigens, ein guter Baumstumpf! Und hier werde ich mich jetzt einrichten als Tarnbusch und die Zombies beobachten! Also, schneller, 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 schneller! Für alle Fälle! So, GoPro und... Na ja, das ist schon was anderes! So, jetzt nehme ich... Schieb die GoPro durch und beobachte die Zombies! Seht nur, da ist ein Militärhubschrauber! Verdammt, ich hoffe, ihr habt ihn gesehen! Überall fliegen Militärhubschrauber! Sie versuchen wahrscheinlich auch, die Zombies zu stoppen! Also, das ist sogar eine doppelte Challenge! Versucht, die Zombies zu stoppen, bevor das Militär es tut! Also, ich fange an zu frieren! Wo sind die Zombies? Jungs, schaut nur, schaut nur! Das ist ja ein Bild, habt ihr das gesehen? Den Zombie und den Hubschrauber! Habt ihr gesehen, wie sie mich gruselig angesehen hat? Ich dachte schon, ich springe auf und schlage zu! Okay, ich bleib hier sitzen! Das ist ein cooles Plätzchen! Ich frag mich, wie es den Jungs geht! Zombies haben eine ungewöhnliche Konzentration der Aufmerksamkeit! Sie können sich nur auf das konzentrieren, was direkt vor ihnen ist! Wahrscheinlich ist das eine Folge von Gehirnschäden! Zombies werden von Licht, Helden, Gäng, Schäden und Objekten angezogen! Gut, dass ich farbigen Rauch mitgenommen habe, um die Aufmerksamkeit dieser Zombies zu erregen! Verdammt, ist schon hier! Feuerzeug! Feuerzeug! Schnell, 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 schnell! Los, nein! Ich bin fast in Ohnmacht gefallen! Ich hab gehört, dass jemand gebissen wurde und sofort mutieren begann, Alter! Wir müssen uns retten! Ah, Hilfe! Ich hab mich gerade so losgesst! Ich weiß nicht, was das war, aber es hat mir große Angst gemacht! Was riecht ihr nicht so? Vielleicht bin ich dran ge... Oh, oh, oh! Okay, stopp! Lass uns reden! Diskutieren! Ich schmeck nicht gut! Sag ich dir gleich, ich bin dünn! Nimm keinen Mikrofon! Er ist dick! Wirklich, Mann! Er ist dumm wie ein Hund und weiß! Vielleicht hört er auf meine Kommandos zu! So, Beißchen! Ey! Sitz! Sitz! Leg dich hin! Leg dich hin! Ich geb dir, ich geb dir, was du brauchst! Ich hab erst das Essen! Oh, schau mal, was schöne Leckerei ist! Sicherer, lecker als ich! Mist, das hat ihm nicht gefallen! Wie wehlerisch, Mann! Oh, warte mal! Oh, du wirst mich jetzt fressen! Ich hab noch etwas für dich! Jetzt werd ich... Oh, genau! Was für ein interessanter und heller Ball! Gehelp! Ja? Es hat funktioniert! Ich muss hier weg! Weg, Mann! Jungs, es wird kalt! Ich erinnere mich, Säger hat gesagt, dass Zombies sehr widerstandsfähig sind. Und er sagte, dass Zombies starke Kälte überleben können. Da ich ein Stadtmensch bin, ist eine kleine Kälte für mich bereits gefährlich. Da ist ein verdächtiges Gebäude. Verdammt, wo sind meine Jungs? Ich brauche sie sehr! Vielleicht finden wir in diesem Gebäude den Schlüssel, den wir brauchen, um die Welt zu retten vor der Zombie-Apokalypse! Hey! Habt ihr das gehört? Da sitzt ein Hund! Psst, leise, leise! Du lockst die Zombies an! Sei still! Brav! Was ist das denn? Wahnsinn, Jungs! Das ist ein Käfig, Jungs! Mit einem Schloss und sogar einem Schlüssel! Jungs, ich bin ja schlau, ich werde da nicht reinklettern! Aber für Zombies, denke ich, ist das genau richtig! Interessant, wem er gehört! Hat vielleicht einer der Jungs das gemacht? Aber der Käfig ist leer! Also, welcher Zombie würde da reingehen? Ich habe eine Idee! Mein Hauptziel in diesem Video ist es, Zombies mit meinen eigenen Augen zu sehen! Ich möchte sehen, wie sie aussehen und euch den Abonnementen so nah wie möglich zeigen! Und ihr erinnert euch, in meinem Rucksack habe ich Gehirne! Ich werfe die Gehirne in den Käfig, damit die Zombies sie sehen und hineinklettern! Und wenn sie merken, dass es die nicht echt sind, ist es zu spät! Ich werde nicht hineinklettern, wie in den Filmen! So, alles klar! Niemand hat mich eingeschlossen! Also? Ketchup? Oh! Das ist ein Zeichen! Schaut nur! Hat sich genauso geöffnet! Und ich werde alles mit Ketchup einschmieren und sie werden denken, dass es Blut und hierher kommt! So, alles klar! Schneller, 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 schneller! Schlüssel, Schloss! Auf ins Versteck! Also, Jungs! Ich warte hier auf der Lauer, sobald sie kommen, renne ich sofort hin und schließe zu! Dann schauen wir uns den Zombie an! Also, Jungs! Der Hund bellt, also sollten die Zombies doppelt so schnell kommen! Gehirne plus lautes Hundegebellt! Das sollte eigentlich funktionieren! Wahnsinn, Jungs! Exklusiv, Leute! Sie kommen, sie kommen! Gruselig! Was, verdammt! Sie frisst die Gehirne! Also, probieren wir näher heranzugehen! Wie es aussieht, mag sie sogar die künstlichen Gehirne! So, schnell schließe ich zu! Da ist der Schlüssel! Der Schlüssel zu deiner Freiheit! Jungs, die sieht ja cool aus! Verdammt, wo sind die Jungs? Ich würde es ihnen zeigen! Wahnsinn! Was für ein Spaß! Jungs, das ist Content! Wartet! Oh, oh! Das war nicht geplant! Wer ist der Typ, der uns folgt? Also, das Mädchen im Käfig? Und dieser Arzt sieht total gebrochen aus! Und ist anscheinend nicht so schnell! Also, ob der zu mir kommt oder seine Freundin retten will! Okay, hoffentlich finden sie nicht heraus, wie man sie aus dem Käfig holen kann! Oh nein, er kommt auf mich zu! Er kommt auf mich zu! Er kommt auf mich zu! Die Anleitung besagt, Zombies essen sich nicht gegenseitig! Daraus folgt eine zweite Regel! Nummer zwei! Ich werde versuchen, mich als Zombie zu verkleiden! Vielleicht halten sie mich dann für einen von ihnen und werden mich nicht fressen! Dazu habe ich Farben mitgebracht! Speziell rote Farbe, die Farbe des Blutes! Wir öffnen! Ich habe mir Blut gemalt, damit wir ein paar blaue Flecken gemacht! Und so realistisch wie möglich auszusehen! So, jetzt muss ich meine Haare noch zerrausen! Als nächstes müssen wir den Zombie-Gang nachahmen! Und Zombies gehen etwas unbeholfen! Das liegt daran, dass sie eine Störung im Kopf haben! Und ihre Körperteile nicht richtig funktionieren können! So, und jetzt fehlt nur noch die Stimme! Sie haben mich gefunden! So, ich muss mich starnen! Oh, verdammt! Alles geht schief! Verdammt! Was habe ich denn falsch gemacht, verdammt! Verdammt! Ich habe nicht bis zum Ende gelesen! Hier steht, dass Zombies Körper werden ihn wahrnehmen können! Und ich bin ja durch diesen Wald gerannt und habe mich sehr gewärmt! Verdammt! Jungs, wisst ihr, dass Zombies schmutzig und unordentlich sind? Und sie werden wahrscheinlich von Müll angezogen! Ich werde hier einen kleinen Quadrat für mich säubern, um die Aufmerksamkeit der Zombies nicht auf mich zu ziehen! So, nun, die Lichtung ist geräumt! Jetzt öffne ich meinen Siegerrucksack! Ich werde jetzt das Zelt aufstellen, mich darin verstecken und darauf warten, dass die Jungs es sich anders überlegen und wir von hier weggehen, Alter! Ich muss mich beeilen! So, gut! Das Zelt ist aufgestellt! Ich habe keine Kraft mehr! Ich werde mich hier hinlegen und mich verteidigen! Ich hoffe, ich habe Munition genug! Die Munition ist alle! Nein! Fliß mich nicht! Ich habe genug von diesen Beißern, Zähneflätschen, aber so dumme! Wenn es nicht für den gewöhnlichen Wald gewesen ist, dann wäre ich schon gebissen und hätte Tollwut! Gut, dass ich meinen Armschutz dabei habe! Ich habe an alles gedacht und niemand kann mich weißen! Hau ab! Hau ab! Geh weg! Lass mich gedrohen! Lass mich gedrohen! Lass mich gedrohen! Verschwinde! Oh! Bettan! Ich habe mich gerade so losgerissen! Er hat mir den ganzen Armwollt... Oh! Er hat mich gebissen! Ich habe jetzt Tollwut! Ah! Es brennt! Ich muss schnell weg! Ich finde die alles wird gut! Ich lege es an und es wird mir helfen! Als geht das doch in meinen Kopf! Oh! Oh Mann, Jungs! Ich sehe einfach gar nichts! Mir ist so gruselig! Ich bin einfach mitten im Wald! Ringsum ist es dunkel! Hierher zu kommen war eine super dumme und unüberlegte Entscheidung! Ja! Ein Fehler! So, ich muss schnell alle GoPros einsammeln und so schnell wie möglich hier wegkommt! Sie war hier irgendwo! So! Alles klar, Jungs! Oh! Ah! Ah! Hm! Gut, dass ich Sandwiches und Tee mitgebracht habe! Verdammt! Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben werden! Aber jede Minute, jede Sekunde ist einfach schrecklich! Das ist gruselig hier! Da wirklich jetzt! Äh! 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 Jungs! Jungs! Seid ihr das? Ja! Ja! Und bestimmt nicht, bitte die Jungs, Alter! Sie wurden anscheinend in Zombies verwandelt, Alter! Jungs, Jungs, Jungs! Das ist einfach los! Alter, was ist das hier? Äh! Verdammt, Alter! Ich hab vergessen, wie sie aussehen! Ja! Ich hab mich an! Ich erinnere mich! Ja! ZT, Alter, hat erzählt, dass sie an niemanden aus ihrem frühen Leben erinnern! Ich habe doch gesagt, es war eine schlechte Idee, hierher zu kommen! Die Neugier der Jungs hat dazu geführt, dass sie jetzt zu Zombies werden, Alter! Ich weiß nicht, Alter! Wie man einen Menschen von einer Mutation heilt! Also, was soll ich jetzt tun? Das ist irgendein Fahrzeug! Vielleicht ist da jemand drin, der mir helfen kann, Alter! Hoffentlich, ey! Hilfe! Labor! Oh! Das Fenster ist zerbrochen! Ich werde versuchen, da reinzuklettern, um zu sehen, was im Wagen ist, Alter! Also, hier ist eine Flasche mit der Aufschrift Antivirus! Ich glaube, die einzige richtige Entscheidung ist, diese Flasche zu nehmen, das Antivirus zu versprühen und zu versuchen, die Jungs wieder in normale Menschen zu verwandeln, Alter! Verdammt, Alter, sie sind schon in der Nähe! Ich nehme sie! Jungs, 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 wartet, das bin ich! Jungs, wartet! Jungs, wartet, ey! Kabyukov! Säge, schnell! Eine Mund-zu-Mund-Beatmung! Nee, nicht nötig, ey! Krass! Kabyukov, Hallöchen! Du hast uns gerätet, stell dir das vor! Jungs, ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, ihr wart echte Zombies, Alter! Aber jetzt sind wir wieder die alten Jungs! Verdammt, Kabyukov, du hast dich als wahrer Held erwiesen! Wir dachten, du wärst ein Feigling und würdest dich fürchten, aber du hast wirklich Mut an den Tag gelegt! Du hast nur uns drei gerettet, die anderen sind alle noch Zombies! Jungs, wenn wir die Kraft finden, machen wir einen zweiten Teil! Entweder die Kraft oder eben zwei Millionen Likes! Und mit euch war ich, Flutter4, gelinnt! Der Held-KW-Kurv, Sergei und schauen alle! Lauf, 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 lauf!